So, hallo erstmal zum neuen ULALA Idle Adventure Gameplay Video. Am 3.12. kam ja ein etwas größeres Update für ULALA, das neben ein paar Funktionen auch viele Klassen gebufft hat, also auf die Klassenbuffs an sich werde ich jetzt mal nicht eingehen. Das kann, glaube ich, jeder selber nachlesen. Die Patchnode, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, die findet ihr einmal hier unter Info. Ihr könnt die aber auch bei uns im Artikel einfach nachlesen. Und die größte Änderung ist wohl erstmal hier, es gibt jetzt wöchentliche Aufgaben, neben den täglichen. Also, hab meine sogar schon erledigt, war fleißig. Das sind aber auch, muss ich sagen, ziemlich einfache Quests, also... Login für 7 Tage, benutze Schnellkampf, Monstertruhe, Bosse, Wunschmünzen, Kochen. Also, das ist jetzt... Wenn man ein bisschen normal spielt, macht man das eigentlich nebenbei. Es gibt auch ein paar gute Belohnungen. Einmal zufälliges Essen. Gutschein fürs Härten. Gildgutschein. Und erstmal Fanggutschein. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal gleich. Wo machen wir denn? So. Geladen. Also, das sind diese Gutscheine. Ich glaube, da habt ihr bestimmt schon gerne mal einen bekommen. Da braucht man eigentlich nichts weiter dazu sagen. Zum Härten sage ich euch dann auch noch was. Oh, wir hängen immer noch an dieser scheiß Krabbe, ey. Aber fast. Oh nein. War ja klar. So. Fange ich die erstmal schnell ein. Naja. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt auch diesen Festmahlgutschein. Benutze ich jetzt auch direkt. Währenddessen hole ich hier meine Pads. Was ja jetzt auch geändert wurde mit dem Update. Vorher waren es ja ab 100 Pads. Mittlerweile ist es ja ab 40 Pads, dass man hier alle holen kann. Das spart natürlich einen Haufen Zeit. Hätten wir eigentlich schon eher freischalten können. No. No. Geiz krank. So. Ist auch schon fertig. Es läuft immer nur 8 Sekunden. Und es gibt eigentlich, also ich habe das jetzt schon echt oft gemacht. Und es gibt eigentlich echt immer einen Leggy, also ich hatte teilweise sogar schon drei Legendärer dabei. Wie ihr es sehen könnt, ich habe doch ein paar Legendärer. Ja, aber braucht man ja auch. Also man braucht für jeden Scheiß-Boss braucht man ja immer irgendwie ein anderes Pad, ja. Mit anderem Element. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man ein paar hat. Und man braucht ja auch für die Farm einen Haufen Pads. Die Farm kam ja auch mit dem vorigen Update. Da hatte ich kein Video zu gemacht. Die zeige ich euch dann auch nochmal kurz. Für die, die wo sie neu kennen oder für die, die keinen Plan haben, was sie da machen sollen. Wobei es ja eigentlich selbsterklärend ist. So, ah, ich habe genügend Seesterne. Also das mache ich zum Beispiel auch immer. Ich sammle meine Seesterne auf 980 und hole mir dann immer so ein Testmal, ja. Ich persönlich bin halt der Meinung, alles andere ist halt Waze. Wenn du die Seesterne für irgendeinen anderen Scheiß rausballerst. Aber um Gottes Willen, das muss jeder für sich selbst wissen, was er mit seinen Seesternen macht. Aber gerade weil die Pads halt auch irgendwie so ein elementarer Bestandteil vom Spiel sind, macht es halt mehr Sinn. Ja, und da ist schon wieder eingekriegt. Also, ich kann es eigentlich echt jedem empfehlen, zumindest so eine gewisse Grundausstattung. Ich meine, aber was soll man sonst mit den Seesternen machen? Ja, man könnte sich theoretisch die Skills ziehen oder, ja, fürs Härten den Rang aufwerten. Ja, aber das ist ein bisschen, was man da an Seesternen braucht. Das kriegt man im Endeffekt auch immer mit der täglichen Quest. Deswegen kann ich es eigentlich jedem nur empfehlen, zumindest bis man halt eben einen Haufen legendäre Pads hat. Gerade für die Farm. Schauen wir uns mal die Farm an. Ah ja. Ich habe vorne das Spiel wieder geupdatet auf dem Computer, weil ich normal nur am Handy spiele. Ja, bla bla. Also, wie wir jetzt hier sehen können, falls ihr es noch nicht kennt, sind hier die ganzen Pads in Gehege untergebracht. Und, ja, je nachdem, was für ein Pad ihr hier zuteilt, geht es eben nach den Symbolen. Nach den Symbolen, nach den Elementen. Gott. Und, umso höher die Werte sind, klar, umso einen höheren Bonus kriegt ihr jetzt. Und, wenn man jetzt hier mal guckt, also so ein legendäres Pad, 126%, ja. So ein episches Pad gibt es sogar nur noch 85. Und so ein grünes, sogar nur noch 23. Also, ja. Selbst epische Pads bringen es eigentlich nicht. Aber die tue ich, wenn ich gerade mal kein anderes hätte oder so, habe ich die auch schon weinen, ja. Aber das Ziel muss es eigentlich sein, in der Farm wirklich nur legendäre Pads zu haben. Also, wenn wir mal gucken. Der hat Symbiose 6,6. Der, okay, der hat 7,1. Da habe ich einen. Das sieht man sogar besser. Der Drache hier hat Symbiose 6,5. Gibt 14, 22 Charakter HP. Und der andere, obwohl der 6,6 hat, gibt es nur 11,7. Also, kann ich echt jedem nur raten. Schaut, dass ihr so viele legendäre Pads wie möglich bekommt. Und macht die dann in die Farm rein, weil es bringt schon echt was. Also, wenn ich hier gucke, hier oben steht es ja auch in der Leiste. Also, es sind fast 20k HP, ja. Über 10k Attack. Und je nachdem, man kriegt ja auch mal mittlerweile dann so Highlighted Pads, die bessere Fähigkeiten haben. Das macht sich dann schon echt bemerkbar. Ja, das war die Pet Farm. Hätte ich das auch mal erledigt. Ah ja, bei der Pet Forschung schaut jetzt ein bisschen anders aus. Aber mehr hat sich da nicht geändert. Keine Angst. Ah ja, die lösche ich jetzt nicht. Mal später. Schaffe ich den jetzt mal? Ne, wahrscheinlich nicht. Genau. Das hier meine ich mit den Highlighted Pads. Das sieht man auch in der Anleitung, wenn man reinguckt. Man kann jetzt ab einem gewissen Kontinent. Ich glaube, das war ab... Hier ab Totori kriegt man eben verbesserte Pads mit höheren Fähigkeiten. Also, höhere Attribute. Und das macht sich dann schon echt in der Farm bemerkbar. So, wird es jetzt was? Na schon, ich nicht. Aber egal, wir sind schon auf einem guten Weg. Also, wenn der Boss schon mal fast kaputt geht, ist das doch schon immer ganz gut. Ärgerlich ist eigentlich bei dem Boss immer nur, wenn man dann an den Ads verreckt. Was auch schon so oft passiert ist. Weil klar, dem Enrage hauen die Ads einen fast tot. Ich glaube auch, wenn die nicht der Enrage werden, würden die einen nur tot hauen. Zumindest die DVDs. Ah ja, aber schon. Also, wir sind ja auf einem guten Weg. Genau, hier hat sich auch was verändert. Und zwar kann man jetzt seine Ausrüstung schnell verbessern. Das ist aber auch eher für den Low-Level-Bereich gedacht. Ja, außer ihr macht hier 5, 6 Mystische auf einmal. Tut überall einmal Enchanten. Dann könntet ihr hier alles auf einmal hochpushen. Ja, aber ansonsten schafft man ja meistens nur ein, zwei Boss auf einmal vielleicht. Und dann drückt man da nur ein paar Mal. Das ist jetzt keine große Sache. Was sich aber wirklich verändert hat, also sinnvoll verändert hat, ist beim Härten, ist die Möglichkeit, hier mit dem Schloss zu arbeiten. Wer es jetzt nicht schnell genug gelesen hat, das steht jetzt im Endeffekt, wenn ihr jetzt tempern tut, also härten, und sobald einer episch hat, oder die nächste Stufe halt dann, es geht mit jeder Stufe und ich mach das Schloss rein, dann zählt er bei der Erhöhung nicht. Das heißt, es denken sich dann auch die Kosten, was ja auch schon von Vorteil ist. Und ich kriege das Zeug so schneller hoch. Ich denke mal, das haben die eingeführt, weil hier... Ah, scheiße, das ist los. Ich wollte euch kein Scheißer sagen. Sorry. Ah, scheiße. Ah, schon wieder. Das habe ich hier schon freigeschalten. Also, zeige ich es euch doch jetzt. Ähm, genau. Weil, ah, cool, das habe ich noch ganz vergessen. Vielleicht geht was. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Ich habe jetzt auch keine Muschelung. Ah! Wollte ich zwar nicht, aber egal. Auf jeden Fall, ja, genau. Mit Level 88, wenn ich dann 1000 Nadeln erreicht habe, dann wird ja der neue Slot hier freigeschalten. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die das überhaupt eingeführt haben. Weil es echt schwer war, das dann nachträglich nochmal aufs gleiche Level mit hoch zu bekommen. Ja, da musste man im Endeffekt ewig warten, bis man das Härtelevel erhöhen konnte. Dass man das dann mal vernünftig mittempern konnte, weil ein weißes Attribut auf blau zu bringen, während die anderen schon auf blau sind. Das ist, ja, jeder, der es schon gemacht hat, der weiß, wie es ist. Das ist echt verdammt schwer und aufwendig halt. Also, von den Muschelkosten halt. Weil das halt echt sehr viel kostet. Und ich denke mal, deswegen wurde das auch mit dem Patch hier eingeführt. Ansonsten... Mehr wurde, glaube ich, jetzt auch gar nicht so geändert. Außer so ein paar kleinere Sachen, die aber nicht der Rede wert wären. Ja, ähm... Wie fandet ihr den Patch? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar. Ansonsten... Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir natürlich gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn euch das Video nicht so gut gefallen hat, dürft ihr mir natürlich auch einen konstruktiven Kommentar hinterlassen. Also, solange er konstruktiv ist, freue ich mich da auch drüber. Ansonsten... Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.